Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outlast 2. So, weiter geht's. Wir befinden uns Richtung... oder machen uns auf dem Weg Richtung Mine. Ist das richtig? Wir gehören die Brücke. Klingt sehr sympathisch. Ähm, ho 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 ho, nicht dass du mir runterfällst. Fall mir da bloß nicht runter. What the fuck I've been telling you to do? Wait a minute. Focus Neo, focus. 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 Gut, Teil 1 haben wir erledigt. Oh nein. Nice, sehr gut. Okay. Ruhig bleiben. Shit! Haben wir natürlich überlebt. Okay. Okay. Sorry. His suffering is done. Not where it's true. Momentous times are upon us. Okay. I guess I'm taking the long way. Mhm. Mhm. Spiele ich halt Shrek Meister das Beste oder was? Vor allem weil ich aber so viel Batterie am Start habe. Ich hab keinen Plan, ob ich hier richtig laufe. Ich hab keinen Plan, ob ich hier richtig laufe. PARKA Was? deer durch hielt sein segen für was krankhaft und versuchte abzuhauen und ich zerbrach ihn machte nicht sein macht nicht seinen fehler oder begeht seine sünden gott und sein prophet lieben euch das ist der richtige Weg dann irgendwie unten durch drüber durch wieso drehen die Musik so gerade durch ich hab niemand hier den Weg gefunden vor krankhaft wo musste ich denn weitermachen da drunter drüber ein gps wenn ich in Arizona echt mal angesagt wo ist echt mal ein navigationssystem jetzt hab ich mich hier selbst wieder ausgesperrt ey ich hab keine Ahnung wo ich hin muss boah ich hasse es wenn du nicht weißt wo du hin musst ey ey ich kann das eigentlich nicht haben hä wo geht es denn hier weiter Monaco ja das Wasser entlang ist ja wohl nicht wie ich gedacht habe kannst du doch nicht runter doch ja ja nachladen ich hab keine Ahnung wo ich weiß euch nicht ja hier war ich ja schon ja hier war ich ja schon hä 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 what the fuck is the deal here ah 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 Speicherpunkt nein natürlich nicht und weg und weg und weg und weg und weg und Trump oben und weinen was ist das denn die red Barrows sind speicherpunkt oh fuck there's gotta be some other way around the battery was also nicht mehr lange mit here we go ich brauche keine briefe ich brauche eine batterie willkommen an diesem ort der spirituellen heilung du hast angst und bist krank und das zu recht und du bist voll scham und das zu recht du wärst nicht hier hättest du nicht gesündigt doch ich kann dich wieder wundervoll reinmachen als diese krankheit zuerst im temple gate ausbrach erkannte papa note in seiner weisheit und güte sich als geistliche leiden glaubt nicht den korrupten und ängstlichen wenn sie dir sagen du leidest an syphilis oder gonorrhoe oder anderen außen und welt das ist eine krankheit der seele und gesundheit findet sich nur im reinigen deiner seele bleib freu bleib gehorsam dem herren und papa note und besonders seinem diaken lehrt gott und der prophet lieben dich gott liebt mich nicht und hat er mir mit mehr batterien gegeben for crying out love das ist ja ein druck klar und Neue Batterie WTF Ja, ich geh doch schon weg, tut mir leid Oh mein Gott, lauf doch Wieso kotzt du mich denn an? Ich bin sowas von weg, Leute Ja, ich bin sowas von weg WTF 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 Mhm Okay Wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute Leute, mach doch was ihr tun wollt Du kratzt mich bloß nicht an, oder? Du musst doch hier durch oder so, ne? Ich geh hier weiter. Nein! Lauf, 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 lauf! Ihr seid doch alle krank, Alter. Und jetzt? Oh mein Gott. Der mich gerade verfehlt. Ey, wo muss ich denn hin? Dann muss ich da runter? Kann ich da überhaupt drunter? Nein. Ich hab keinen Plan, was ich hier machen muss. Kann ich hier irgendwo klettern? Nein. Drüber, drunter? Oh mein Gott. Hä? Alter, du sollst dir nicht wehtun. Ich hab keinen Plan, wo ich hier Richtung Mino kommen muss. Was? Wer fickt dich? Wer fickt dich? Wtf hennigst! Wo muss ich denn hin? Ey, scheiß, ist doch echt nicht. Ich weiß nicht, wie ich es nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Nein Nein Ich bin jetzt Oh Gott Natürlich ist die Block hier, warum auch los? Mama, ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Wo muss ich denn jetzt wieder hin, ey? Ey, wenn ich wenigstens einen Ansatz hätte, oder so eine Idee, eine Lösung, aber... For God's sake, I don't know. Ich geh jetzt mal da durch, Alter. Ach, das ist so ein Scherz, Alter. Ah, nee, Junge. Nur dieser Hurensohn, schau zu, wo ich wieder aufgeschnitzt werde. What the fuck? Alter, was ist das denn? Oh, ich hab keine Ahnung. Leute, ich mach hier mal ein Folgen. Wir werden mal zuschauen, bis zum nächsten Part von Outlast 2 bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Was? Oh und ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wenn ich mich bis zum nächsten Mal war,